Sie kennen das sicher auch. Es ist wieder Winter und kalt. Einmal kalte Füße gehabt und zack, schon hat man eine unangenehme Erkältung. Beugen Sie der Schnupfennase mit diesen beheizbaren Schuheinlagen von InFactory vor. Die flexible und bequeme Schuheinlage besteht aus EVA-Schaumstoff. Dieser wirkt beim Gehen zusätzlich dämpfend. Die Schuheinlagen eignen sich für alle Schuhgrößen. Schneiden Sie sie einfach mit einer Schere auf die gewünschte Größe zu. Danach kommen die Einlagen in Ihre Schuhe. Das ultrakleine Batteriefach für die Wärmeerzeugung schneiden Sie sich mit der dezenten Manschette einfach ums Bein. Ob beim Winterspaziergang oder auf dem Weihnachtsmarkt, Ihre Füße werden es lieben, immer wollig warm zu sein. Gönnen Sie sich diesen Luxus zum kleinen Preis.